servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal willkommen zu einem neuen mythic plus video mit als introduction das wird unsere künftige stammgruppe mein cousin ist dabei noch ein freund hier aus der stadt plus zwei dudes eigentlich auch gute freunde bekannte mit denen ich schon zusammen geradet habe wir sind gerade noch ein bisschen am gear farmen hochpushen tactics spielen spires plus 16 ich wünsche euch viel spaß und schalte gleich mal aufs ts mit rein damit ihr da alles mit bekommt in zukunft wollen wir auf jeden fall pan 20er keys gehen also mal schauen ich nehme euch mit quasi hiermit auf die reise wie wir hoffentlich besser werden sie ist willkommen auch so an der du man es dann rein so so Vielen Dank. Waffe. Was will er? Soll ich Inferno in die nächste Gruppe reinknallen? Oder aufheben für Boss? Drei Minuten, aber ich spiele mit dem Leji, dass er CD gesenkt wird. Also ich schätze mal nach der Gruppe. Ich habe jetzt... Ja, stimmt. Ja, passt. Ich hau rein. Der Heiler castet. Ich habe keinen Kick. Ich kick. Ich schätze mal nach der Gruppe. Ich schätze mal nach der Gruppe. Das war's für heute. Was, Fierce möchte, dass wir mehr Beschuss mitnehmen? 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 Wer seid jetzt alle unten? So. 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 and. So. E.O. 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 Die erst mal so. E.O. 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 Ich habe in 20 Sekunden Ich habe in 20 Sekunden wieder 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 Ich habe 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 20 Sekunden wieder